Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Elder Scrolls Online, dem neuen Spiel, das eigentlich anders aussieht und anders heißt. Ach, ich kann doch diese super Fähigkeit hin. Da sind ja schon irgendwelche von diesen Artefakten, die von so einer 7 kaputt waren. Ach, hier ist das Museum. Okay. Ja. Wollte das nicht heim? Zu spät. Ja. BAM! Da ist ein Artefakten. Aber jetzt laufen die zusammen, also liegt das bei den Gegnern, oder? Bei mir liefen sie nicht zusammen. Das ist so geil, wie das Rätsel. Das jetzt musst du dann laufen, mal gucken. Jetzt laufen sie gerade zusammen. Ich weiß gar nicht, was ihr habt mit diesen Dingern. Überall Casinochip, schön. Ist bestimmt wertvoll. Ja. Ähm. 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 Weswegen sind wir eigentlich hier? Ähm. Normale Fakten zu zerstören und den, äh, den Jedi-Meister auf ihn zu klopfen, damit die, äh, Rebellen ihre Motivation verlieren. Oh, okay. Loot. Mindset. Puh, Leih, die. Schuhe. Au. Okay. Ob ich da ein Problem bin? Das habe ich gar nicht ausgerüstet. Ein außergewöhnliches Medipack. Wir müssen das unbedingt benutzen. Da war ich auf Tex. Wollen wir hier nichts mehr machen? Ich habe das jetzt auch ein bisschen lahm, ne? Irgendwie nur durchkloppen und dann kommt keine Sequenz. Ja, ich dachte, ich müsste ein Sicherheitsding jetzt deaktivieren, dachte ich. Ja, haben wir ja schon. Ich habe an einer Konsole da am Schwersten noch eine Treppe runter. Ja. Habe ich das gerade richtig verstanden? Du hast gerade an irgendeine Konsole dein Schwert reingestochen. Ja. Okay. Okay. Die grünen Jüdis hier zählen. Ah, ich hab's ausgelöst. Das muss aber auch knapp gewesen sein. Ich wusste, dass dieser Tag kommen würde. Tolle Piesing. Unser Planet ist so wichtig, als dass er dem Blick des Imperiums für immer entkommen könnte. Und jetzt seid ihr hier und verderbt uns mit eurer Anwesenheit. Corellia hat den Schiffbau revolutioniert, den Weg für Hyperraumreisen bereitet und die Republik gegründet. Ihr werdet nicht alles ruinieren, was wir aufgebaut haben. Ihr verteidigt einen Planeten, der mit Korruption infiziert ist. Nur so konnte das Imperium einen Fuß in die Tür setzen. Ein paar Krankheitskeime zerstören nicht den ganzen Organismus. Man muss einfach nur die Infektion beheben. Beschützt die Relikte, Männer. Vertreibt die Eindringlinge von Corellia. Okay. Okay. Ich versiege den Meister, der Zugangscode. Also ich habe den Zugangscode bekommen. Begebt dich zum Verkehr zu das Decimus zurück. Ne, ich doch nicht. Das würde ich gleich nochmal. Krass. Ja, Leute. Spiel ist backfrei. Da war so ein gelber Strahl. Konntet ihr den nicht aufheben? Ne. Ne. Weiß auch nicht, ob ich der einzige Bände, der das nicht hat, oder? Aua. Das ist nur du rein, ne? Äh, ja. Mal gucken, ob ich das jetzt schon wieder kann. Ah, ne, hier ist noch alles zerstört. So, zurücksetzen. Belastend. Das war dann. Zurücksetzen. Ist das auch diesmal die richtige? Nicht mit das Decimus. Kacke. Wo ist das denn ganz gewesen? Oh nein. Er hat sich bei dir jetzt komplett zurückgesetzt. Ja. Na ja, gut. Dann gehen wir jetzt nach Süden und nach Rechts zum Museum für Militärgeschichte für Mike. Ja, zum Museum für Militärgeschichte. Marc, was soll das? Warum hast du Feinde angerissen? Das war nicht, wo die hergekommen sind. Das ist Mac-Man. Wir brauchen sofort ein Autogramm von ihm. Da rennen dann 20.000 Leute auf die Zoo und wollen dein Autogramm haben. Guck mal, dass das nicht sofort losgeht hier. Ich würde noch auf Grauen warten. Oh. 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 So, hier so ist ja irgendwas zu tun. Zweite Sprengsatz platziert. Ähm, achso, das habt ihr noch nicht mitgekriegt, glaube ich. Ich soll meinen eigenen Tod vortäuschen, um in kurzer Zeit den Hunter zu verwirren. Um da einen Vorteil zu generieren. Ah, wap da. Ah! alles in ordnung ich hab ja mein healer hier okay das ist dein instanz praktisch Erfordert Generator? Äh? Ich bin kein Generator. Dritter Sprengplatz. Blas. Verziert. Ich glaube es ist einfach ein Level Up von dem ich gerade nichts gesehen habe. Tatsache wir sind jetzt Level 71 Leute. Hast du bei der letzten Instanz bekommen? Sicher? Ja. Ich habe doch gerade eben was bekommen. Was war denn das denn? Wie gesagt mal in letzter Instanz. Viele Sprengplatz platziert. Alles in Ordnung. Lieber nicht, Agent. Ah, guck mal. Das ist die Mir. Eine wirklich hässliche Station. Letzter Sprengplatz platziert. Wir hätten nie gedacht, dass wir einmal historische Städten in die Luft sprengen. Keine Bewegung. Hawkins und Schie. Ziel erfasst. Auf den Boden. Der SID will euch lebendig. Aber ich eigentlich nicht. Wir haben wohl nichts zu bereden. Ausschwärmen. Ausschwärmen. Krampfanfall. 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 Hä? Was passiert hier? So, lebt die noch eine, ne? So, lebt die hier. Genau, entkommen. Wir wissen, dass ihr da drin seid, Ziffer 9. Ich habe allen SID-Einheiten den Rückzug befohlen. Jeder in dem Gebäude wird zermalmt werden. Kommt heraus und er gebt euch. Das ist eure letzte Chance. Lebt als Gefangene oder ihr werdet unter 4000 Tonnen Trümmern begraben. Wir sind schon besseren Unterhändlern begegnet. Da ist der Fluchttunnel. Holo-Gespräch. Hör ich schon in der Schwarzblende hier. Die Holocamps haben euer Verschwinden nicht erfasst. Und im SID-Funkverkehr ist von einem Agenten des Imperialen Geheimdienstes die Rede, der bei der Explosion umgekommen ist. Offiziell seid ihr jetzt tot. Herzlichen Glückwunsch. Wenn die Verschwörer das nicht glauben, war alles umsonst. Sie werden es uns schon lange genug abkaufen. Notfalls serviere ich ihnen eine verkohlte Leiche. Ich sende euch die Koordinaten eines Raumschiffs im korelianischen System. Es ist die Tenebrus. Ich treffe euch dort und dann zerschlagen wir das Sternenkomplott endgültig. Deine Quest auf dem Planeten ist scheinbar zu Ende. Äh, wir sind jetzt tot. Laut Spiel. Spiel hat gerade auch ein Blügeling gemacht bei mir. Äh. Äh, okay, das ist für euch interessant. Was hab ich denn mit Spiel? Was ist das? Du musst mich verarschen. Ich würde sagen, nach oben reichs noch. Ja. Armageddon. Irgendwie gehen wir gerade nicht nach oben reichs. Irgendwie gehen wir wieder mal zurück. Das erste Stück zurück wieder. Dann nach rechts. Dann gehen wir jetzt nach rechts. Wo ist eigentlich der Darth Dacimus, mit dem ich reden soll? Er heißt Dicimus. Jetzt würde ich da erstmal schnell hinmarschieren. Oder? Da müsst ihr aufhören. Na ja, egal. Das ist wurscht. Das ist jetzt eingeschlichen. So. Hier ist ein Hüter, der widersteht. Er widersteht dem Sterben. Das haben wir ja schon mal gehabt, dass die teilweise nicht umgekippt sind. Der Bug ist anscheinend resistent. Und dann kam auch die gleiche Idee wie ich. Das hättet ihr glaube ich auch gegen uns austragen lassen können. Das war gerade ein cooles Fernkampf-Duell. Äh, wie lange wollen wir noch machen? Das Plattesag nämlich schon langsam schwierig. Wenn das doch vor der nächsten Quest aufhören. Stellen wir uns einfach nur vor. Du meinst da, wo wir gerade hin auf dem Weg sind? Das ist von Grauen oder was? Äh, ja genau. Oh. Oh. Das war's für heute. Boah, ist mein Inventar voll. Wie spendiert Park ja einen Händler? Ne, so voll nur auch wieder nicht. Du brauchst das nicht hoffen, so voll ist es nicht. Ist egal, ich brauch ihn hoffen. Wir hoffen, dass unser Inventar Ihren Wünschen gerecht wird. Warum zeigt er spät, dass das besser ist? Soll ich auf Angriffskraft gehen oder was ist das? Ich glaub das ist besser. Ich behalte es lieber. So, das heißt, wir wollen hier aufhören. Wir können den noch weitermachen, ja. Muss ich nur mal eben schnell alle Materialien verkaufen, die ich hier eingesammelt habe. Das kann mir glaube ich wieder so viel. Das kann verkauft werden. Das auch. Das auch. Vielen Dank für Ihren Besuch. Willkommen auf unserem Markt, potenzielle Kunden. Hä? Ich will doch nicht handeln. Das war lustig Mario. Hast du den Handel eingenommen? Haben wir nichts getauscht? So, aber das können wir noch machen, ja. Was ist es? Hat ja alles so was getan. Hä? Das ist grauenfest. Grauns Charakter hat das letzte Wort. Na da bin ich mal gespannt, was er sagt. Mir ist es egal, welche Farbe die Jedi haben. Sie blühten alle rot. So was zum Beispiel. Ja, endlich. Pfiff, Imperiale. Der Herausforderer ist eingetroffen. Hier endet das Kackern. Ich habe euch hier versammelt, damit ihr zusehen könnt, wie ich das Imperium um dieses verdorbene Individuum erleichtere. Er nennt sich Sif, aber er ist der Sklave einer korrumpierten Meisterin. Sesh ist jetzt tot. Und alle, die ihr gedient haben, müssen ebenfalls sterben. Darth Tanaton behauptet, meine ehemalige Meisterin, Darth Sesh, sei korrumpiert gewesen. Aber hat Darth Tanaton versucht, diese Korrumpierung zu beseitigen, als sie ihm bewusst wurde? Nein. Diese Aufgabe hat er mir überlassen. Also sagt mir, ist man korrumpiert, wenn man den beseitigt, der für die Korrumpierung verantwortlich ist? Ihr versucht gar nicht erst, eure Verfehlungen zu verbergen. Ihr seid genauso schlimm wie sie. Ihr habt eure Verbündeten gut bei Laune gehalten. Aber ich habe eigene Freunde. Darth Kalus, tötet ihn! Spannend. Ich bin bereit, disclaimer und ich nachzudenken, die mich nicht mehr betrunken konnte. Das war's für heute. Biff. Wer ist denn dieser Schweigen? Ich bin Mitglied im Rat der Sith. Ihr besitzt weder die nötige Macht noch die Autorität, mich zu besiegen. Biff. 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 Wir werden ihn verfolgen und niederstrecken. Biff. 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 Wer rennt jetzt weg? Ich renne weg, damit ich diese Quest nachholen kann, die ihr habt. Damit du auf den gleichen Stand kommst, um Geschichte zu schreiben. Ja. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.